So, liebe Freunde, ich bin bei einem wahren Freund von mir, eine lebende Legende hier in Oberhausen, einer der besten Trainer hier in Deutschland. Und hier, mein Bruder Kamal Amrani und ich bin bis heute noch ein riesen Fan und da war ich das letzte Mal in seinem Kampf in Tanja, da hat er einen aus dem Ring rausgeschlagen mit einem Drehkick, da sind seine legendären Drehkicks hier, könnt ihr im Internet gucken, beim Super League und so. Auf jeden Fall, Kamal, wir sind gerade bei ihm zu Hause und wir werden heute eine Trainingseinheit und ein paar Tipps, Ottmann habe ich gerade auch mitgenommen. So, Freunde, macht Abo bitte nicht nach, also für Araber Amo Kamal, für Türken Kamal Abi oder Amca. So, wie ihr gerade gesehen habt, wir sind bei Amrani Palace. Jetzt wenden wir uns erstmal auf und dann machen wir mit Kamal ein bisschen Pratzenarbeit. Bei mir habe ich noch einen Sekunden. Meine Füße sind kalt, das nennt man auf sportliche Art Füßen. beim Sport. In Fuse! Man kann so hohe Qualität mit sich bringen und aufweisen. Und man kann halt nur dazulernen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er sich heute für uns überlegt hat. Ich habe sehr viele Kombinationen von denen gesehen. Aber du auch. Brutane Kombis. Aber gut, dass er heute nur die Pratzen hält. Das ist die alte Schule. Man kann nur den ein bisschen lernen. Das ist nicht im Training, aber Maschallah, wenn ich ihn höre, wie er steht, werde ich die Dampen dann stehen. Und im Training nur Arbeit und es bleibt alles im Boot. Deswegen sage ich zu den Leuten, es gibt es im Sport kein Alter. Es ist einfach trainieren und weitermachen. Und man bleibt immer noch fit. Ihr seht es. Los. Oh. The. Año. Los. 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 Noch einmal. 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 Trainer. Ich brauche den Winterplatz. Ist das für die Popeye? Popeye! Das ist sehr wichtig. Ey Popeye! Das ist sehr wichtig. Während, wenn wir zweimal am Tag trainieren. Während der zweiten Einheit trinken wir immer Intraplus. Natürlich von Secplus. Ist super für Regeneration. Ich spüre. Das kann ja nicht von Intrapuls sein. Nein, nein. Das ist der Puls, den du gerade spürst. Oder fast gespürt hast. Also auf jeden Fall, wir empfehlen euch das. Und gebt Gas im Training. Redet nicht viel. Und aus. Gebt Gas, meint er trinkt einfach. Hup. Hup. Auf dir. Und witz. Hau. Sag noch mal nicht atmen dann wieder weg. Hup. Hup. Das Los 날. Das los Rossiter. Ehh hup. Hehh hup. Hey hehh. Noch einmal. Noch einmal. Bericht. Hup. Hup. Hopp. Ja, oh Scheiße. Hopp. Jawohl. Nochmal. Hopp. Nochmal. Hopp. Jawohl, nochmal. Das ist nichts. Jawohl, eins. Eins, zwei. Hopp. Jawohl, der Rest steht dabei. Jawohl. So, liebe Sportfreunde, das Training ist zu Ende mit meinem Bruder Ottmar, meinem Bruder Kemal, meinem Bruder Norten. Und wenn ihr ein paar Tipps braucht oder wollt, schreibt einfach unter die Kommentare oder schickt Nachrichten einfach bei Zeig Plus Page. Und wir werden alles beantworten. Und wenn ihr ein paar Tipps braucht, könnt ihr den Coach Kemal und Norten lernen. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche andere Techniken sehen wollt, schreibt es unter den Kommentaren. Wir bedanken uns herzlich bei Trainer Kemal für das Training. Sehr gerne. Das war auf jeden Fall eine super Erfahrung für uns. Und ich hoffe, wir sind nächstes Mal wieder willkommen. Sehr gerne. Immer wieder. Und an den Leuten hier in der Umgebung Duisburg, Oberhausen und so. Wenn ihr mich immer rupert, ihr fragt mich immer, wo können wir super Stand Training machen. Kommt hier bei Amani Palace, inshallah. Ihr seid immer herzlich willkommen und hört auf Trainer und kommt einfach hierhin. Ihr seid immer herzlich willkommen und trainiert hat und ihr wird bald besser wie wir. Wie heißt die Straße hier? Saarstraße 4. Wenn ihr die Straße nicht findet, googelt es einfach und ihr findet das. Us. Wenn ihr es auch wieder anschaut, nochmal während der Unterunde nutzen kann. Vielen Dank.